So, getroffen! Komm schon, raus da! Auch getroffen. Anno? Anno? Waren das alle? Das waren alle, oder? Geht's hier hinten weiter jetzt wahrscheinlich? Wow! Okay. Okay. So, nachladen. Oh, wir müssen da rüber. Das sieht doch schon so einladend aus. Aber halt, gibt's in dem Haus was? Ich möchte mich gerne mal umschauen. Ähm, nix, nur Deko. Oh, ne Zielscheibe können wir ein bisschen schießen üben. Hoho, als ob wir nicht gut genug wären. Wir und nicht gut genug. Hallo? Hallo? So, Gellahe, drüber mit dir. Ich brauche einen hier und den anderen rechts. Nellos, Beeilung! Sentinel-3, ich brauche Luftunterstützung. Oh Gott, die ist weit weg. Das kann dauern. Bestätigt. Das kann dauern. So, einer ist down. Und einer hat eine Bogenkanone, wie ich gehört hab. Wo war der? Hallo? Hallo? Hallo, is it me you are looking for? Oh, da kommt der Nächste. Da war schon wieder eine Bogenkanone. So, Nachtladen. Wer hat dir diese fucking Bogenkanone? Oh, da ist noch einer. Ai, ai, ai. Ja, viele. Okay. Oh, die schießen unsere Deckung bald. K.O. hier. Oh, je, 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 je. Zur nächsten Deckung. Da kamen schon wieder die Bogenkanone. Oder ist das schon unsere Luftunterstützung? Also, ich glaube. Das klingt für mich stark nach einer Bogenkanone. So, ein bisschen Muni mitnehmen. Kann er nicht schaden. 98 Schuss. Müssen wir hier runter? Nee, oder? Glaube ich fast nicht. Hinten geht's bestimmt irgendwo lang. Ai, 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 ai. Da war schon wieder was. Alter. Oh. Ah, da ist, ach, da ist die. Der Dumme. Ja. Oh ja, Sir Galahad. Ja, du hast ein Trophäe erhalten. Sehr schönes Ding. Sehr schönes Ding. Kann ich hier auch in Deckung gehen? Nee, einfach wild drauf los. Bam. So, doch. Wir können hier ein bisschen in Deckung gehen. Ein bisschen. So, verdammt. 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 An unlimitiert Munition haben wir. Wow, wow, wow. Wow, hat ihn alles aber übelst zerstückelt. Wow, wow, wow. Ai, 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 ai. Das sind aber viele. Zack, da oben mal wegfeuern. Die haben mich am meisten genervt. Wow. Okay. Das heißt, da verdammte Kanonen. Ich finde die gut. So. Du hast ein Trophäe erhalten. Noch eine. Meine Güte. Ui, ui, ui. Oh, mal ein bisschen in Deckung gehen. Ah, da ist der nächste. Das hat er dann mal auch erwischt. Da kommen aber noch welche. Erledigt. Erledigt. Ach, doch, noch nicht. Prachtstück. Er schmeißt es einfach so nach unten, weil er mitgeht. Ich dachte schon, er schmeißt es weg, aber ich brauche es nicht mehr. Autsch, Autsch, Autsch. Wo ist die indische Frau? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo? Sag's mir. Sag's mir. Im Bordell, also. Oh, dürfen wir wieder dahin reisen? Zum guten alten Bordell. Wow, 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 wow. Nicht. Wow, 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 wow. Quatsch. Gab's einen geklatscht, du? Oh, Bill Moses. Oh, Bill Moses. Whitechapel. Whitechapel. So, wo ist die indische Frau? Göller, hätt dich nicht aus. Das härterste. Das sind alle alleine. Oh, ich verpiss mich mal. Vor allem Absinth pur, ne? Das brennt dir alle Löcher zusammen, du. Das brennt ja selbst noch einen. Der ist doch hart. Ertränken Sie Ihre Sorgen oder Ihr Unwissen, Ritter? Weder noch. Ich habe nur auf dich gewartet. Und? Ich brauche Antworten. Antworten? Haben Sie deshalb meine Männer getötet? Der Tod folgt Ihnen auf Schritt und Tritt. Wenn Sie mir nicht geben, was ich brauche, sind Sie die Nächste. Sie müssen entschuldigen, wenn mich Ihr Angebot nicht überzeugt. Für Drohungen bin ich taub. Dann nützen Sie mir nichts. Wagen Sie es. So viel Feindseligkeit. Sie sehen aus, als könnten Sie das brauchen, Ritter. Das Schwarzwasser. Aber woher haben Sie... Ist das ein vorläufiger Waffenstillstand? Wenn es Sie beruhigt, lassen Sie die Waffe oben. Aber ich bin die, die Sie suchen. Nicht Sie. Wir haben viel zu besprechen. Gehen wir an einen... privateren Ort. Eines der Mädchenzimmer. Assassin, hey ho. Ich grüße dich. Im Twitch. Leute, nicht, dass ihr euch wundert. Königin. Das ist eine Königin. Ich will Ihren Freund Mallory rächen. Sprechen Sie seinen Namen nicht aus. Er wurde verraten. Sie wurden alle verraten. Verraten? Von wem? Den Männern, denen Sie dienen. Der Orden der Ritter dient niemandem. Nicht mal der Königin. Ihr seid ein Empire der Speichellecker, die zu den Füßen der Allmächtigen Vereintes Indien-Kompanie kriechen. Hüte deine Zunge, Weib! Ihre ehrenwerte Gesellschaft verbreitet die Plage, die zu bekämpfen Sie geschworen haben. Die Worte einer Fanatikerin. Sie suchen den falschen Gegner. Wir bekämpfen beide das gleiche Übel. Wieso sollte ich einer Rebellin glauben? Einer Mörderin? Wir sind uns ähnlicher, als Sie glauben. Wir haben nichts gemeinsam! Ihr Freund darf nicht umsonst gestorben sein! Genug! Wieso sollte ich Sie nicht töten? Es gibt Schlimmeres als den Todritter. Viel Schlimmeres. Und wenn ich das Ziel Ihrer fehlgeleiteten Suche bin, dann sei es. Mein Tod ist ein würdiges Opfer. Leugnen Sie den Versuch, Lord Hastings zu töten? Er verdient den Tod, ebenso wie jeder seiner Kollaborateure. Und Sie erwarten von uns? Einfach Ihrer Kampagne des Terrors zuzuschauen? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Die Kompanie schützt Ihre Geheimnisse. Selbst vor dem Orden. Welche Geheimnisse? Ich hab keine Zeit für Spielchen! Ich kann nur wenig sagen, um Sie umzustimmen. Aber ich kann Ihnen Dinge zeigen, um Ihnen die nötige Erklärung zu geben. Ihre Antworten liegen auf den Docks der Kompanie in der Blackwall Werft. Beeilen wir uns. Besser, Sie haben Recht. Um Ihret Willen. So, dann geht's wohl mit einem neuen Partner auf, wa? Die Unteredition 2, wenn wir uns zur Blackwall werft. Rechnen Sie mit starkem Widerstand der Wachen des Vereinten Indien. Bevor ich es nicht sage, verletzen wir keine Unschuldigen. Keiner von Ihnen ist unschuldig. Und trotzdem. Sie spielen nach meinen Regeln, wenn ich Ihnen folgen soll. Also gut. Wechseln Sie so schnell die Seiten? Der Orden darf nicht in die Sache hineingezogen werden. So, entkleidet sich der gute Gailahit dann, oder was? Jetzt zieht er andere Sachen an. Ray, was für ein Spiel, spielst du? Oh, oh. Die gute Izzy? Hat sie was mitbekommen etwa? Hm. Also, jetzt wird sie bestimmt diese Klamotten von dem finden. Ich rieche Absinn, denkt sie sich jetzt. Ich rieche Absinn, denkt sie sich jetzt. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nee, ich denke, die hat schon rausgefunden, dass er sich umgezogen hat. So. Was wissen Sie über die Reihenblüter? Die Vorfahren der Halbüter. Die Lichteffekte wieder geil. Ein uraltes Volk in diesen unnatürlichen Zustand geboren. Nicht verwandelt wie die meisten. Sie sind nicht ausgestorben. Sie sollten nicht in der Vergangenheit von ihnen sprechen. Sie sind unter uns. Ach, sind sie das? Sieht ja so geil aus hier. Boah, ich könnte mich in diese Grafik verlieben. Und ich bin gespannt, was noch für Playstation-Spiele rauskommen mit solch einer Grafik. Beziehungsweise die noch mehr Anforderungen haben. Final Fantasy 15 sah ja auch schon geil aus. Was ist die Trailer, die ich davon gesehen habe? Stürz, Rautor, sei gestürzt. Hier. Oh, wie retterlich. Kapitel 9. Partner wieder Willen. Die Vereintes Indien-Kompanie ist ihr Vertreter. Wenn Sie so sicher sind, zeigen Sie mir Beweise. Beweise sind immer gut. Was liegt denn da für ein Zettel? Das Tunnelsystem dient sich aus. Ich sehe da nicht groß, wo es sich jetzt ausdehnt. Das sieht für mich bloß wie... Ach so, es wird breiter, ne? Dass da Kutschen auch durchpassen. Menschen durchpassen. Sogar ganze Züge durchpassen. Das wurde... ...ähm... ...da mehr oder weniger dargestellt. Danger exposed to wires. Smoking strictly prohibited. Okay. Geller hat eine Raucher oder nicht? Das ist jetzt die andere Frage. Wer weiß, wer weiß. Übrigens fällt mir gerade ein, dadurch, dass ich jetzt mein... ...mein Audio-Kabel hier am Monitor stecken habe, um eben den direkten... ...Playstation 4 Sound zu hören. Über Game Captures dann nämlich etwas... ...verzögert. Da kann ich jetzt gar nicht hören, falls hier ein neuer Follower... ...reinkommt. Da schieben wir mal ein bisschen das Ding hier rüber. Assassin, wieso hast du denn so lange Dialog in Games? Ich finde sowas cool. Ich finde das irgendwie sehr spannend, wenn ein Spiel... ...so eine Art Filmcharakter einnimmt, wo man mit interagieren kann. Das fand ich ja schon bei Beyond Two Souls sehr geil. Oder aber auch bei Heavy Rain. Das war ja schon... ...absolute Top-Spiele. Und das ist auch so ein Misch. Das ist hier ein Misch aus... ...ein Misch aus Film, aus... ...Shooter. Das ist... ...finde ich echt geil bis jetzt, muss ich sagen. Aber es ist halt Geschmackssache. Die einen wollen halt nur Stranded Deep und irgendwelche Indie-Spiele... ...und die anderen, wie ich, die sind halt ein bisschen Allrounder... ...angehaucht. Ja, ich spiele viele Games gerne. So, da ist eine Wache. Können wir uns da anschleichen? Müssen wir uns anschleichen? Wer ist da? Das hier ist Privatbesitz. Oh, ich wusste es doch. Hab mich in den Tunnel verirrt. Wer sind Sie? Ein weiterer Verirrter in dieser hellischen Stadt, wie mir scheint. Dürfte ich wohl fragen, wo bin ich? Black Wall Werft! Vereintes Indien-Docs! Oh, definitiv nicht, wo ich dachte. Tja, gehen Sie da hin, zurück, wo Sie herkommen. Zurück durch die Tunnel? Wäre doch vielleicht einfacher, die Straße zu nehmen, finden Sie nicht... Hauen Sie ab, los! Keine Sorge, er ruht sich nur aus. Das glaube ich auch. Obwohl ihm sein Kopf wohl noch etwas wehtun wird. Oder der Balken war einfach etwas morsch. Oder? Sieht man leider nicht mehr. Hallo? Ach, der schläft gemütlich. Ach, der macht nur ein Nickerchen. Ist doch nichts Besonderes. Was hast du denn? Du schreibst, wieder, nicht wieder. Ja. Aber man spricht es so aus, Ritterwiderwillen. Obwohl es nur mit I geschrieben ist. Such einen Weg zur Straße. Ähm. Wo ist denn das hin? Da lang? Ja, wir müssen auf jeden Fall das umstellen und dann den Waggon anschieben. Dass wir auf die rechte Spur kommen. So, gehen wir mal hinten ran. Ähm. Du da, ich würde mich freuen. Äh, freuchen, mich freuen. Wenn du mir beim Anschieben hilfst. Allein ist das Ding nämlich etwas schwer. Ich habe leider keine Superkräfte. So, dann ordentlich drücken. Pressen. Das musste doch ein Begriff sein. Pressen. Die wird abkotzen. Oh mein. Wie lange denn noch? Wie lange denn noch? Okay. Stopp. Von hier müssten wir raufklettern können. Gute Idee. Es wird ein Weg hinüber. Das sieht gut aus. Tschüss. Vielen Dank.